Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich Willkommen bei Doc Gamble. Ich bin heute wieder Mecha-Redner, heute ist Montag. Ein bisschen spät das Video, aber ich bin wieder da bzw. ich war die ganze Zeit da gewesen. Ich hatte nur letzte Woche Montag angefangen Zahnschmerzen zu bekommen. Dienstag war es dann richtig übel gewesen, war ich auch beim Silas gewesen und der hat gesagt, dass die Zahnwurzel entzündet ist. Und die Schmerzen waren Horror. Da haben sie drei Methoden gesagt, die ich machen könnte. Einmal Medikamente nehmen, was ich jetzt gemacht habe. Das andere wäre die Wurzelkappen und das andere wäre der Zahn ziehen. Da habe ich gesagt, komm, ich nehme erst mal die Medikamente. Hat geholfen bislang. Ich habe noch ganz leichte Schmerzen. Heute habe ich auch gerade die letzte Tablette genommen. Also wenn das die leichten Schmerzen morgen noch nicht weg sind, dann muss ich morgen noch mal zum Zahnarzt gehen und dann wird er wahrscheinlich doch gezogen. Dann ist wahrscheinlich nichts gebracht. Aber mal schauen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich spiele jetzt eine Runde Mecha-Redner. Ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt, gar nichts gespielt, weil ich konnte nicht denken, konzentrieren. Zahnschmerzen sowieso. Sachen am Kopf, wenn da was ist mit Kopfschmerzen, Zahnschmerzen oder so. Das ist dann immer scheiße. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Kampf an. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich muss noch hier alles frei machen, von wegen Videos. Hier die Videos anschauen. Machen wir erstmal das. Also dann bis gleich in der ersten Runde. Was ist denn heute? Ne, heute war kein Wettbewerb, ne? Ne. Oh, ich denke mal, ich spiele keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Okay, die erste Runde geht los. Kontrollpunktdeinnahme. Schön. Mit welchen spiele ich denn? Erstmal mit denen, ja. Lass mich ein bisschen als aussperren hier. Lass mich ein bisschen als aussperren hier. Oh, ich stehe weg. Pätzen hier. Nachladen. Jetzt habe ich den. Weee, ich wurde gestumpt. Okay. Beine hätte ich ihn gehabt. Aber es war ja nur mein Speer. Jetzt kommt der mit den Raketen dran. Oh, nein, 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 nein. Den habe ich auch. Freddy. Der eine ist weg. Sieht aber schlecht für uns gerade aus. Okay. Ja. Was habe ich noch so? Okay, noch einmal den Scharf schützen und den mit den Strahlen. Weg ist er. Das war der Freddy. Ja. Echt? Ja. Okay. 2 gegen 3, ach ne, nicht der. Den finde ich schlimm. Den mag ich auch nicht. Und jetzt habe ich nur noch den. Mit der Fernwaffe, um Gottes willen. Tut. Das war ja klar. Ich hasse den Sorg. Niederlage. Eine Woche nicht gespielt. Kann doch nicht so schlimm gewesen sein. Zweiter, Zweiter. Vollfahren. Oh, ich war der Erste. Gut, dann bis gleich. Wie gibt es weitere Runde Kontrollpunkt? Zack, zack, zack. Ah, mal durchspunkten. Schauen wir mal, wer da oben steht. Oh, Mist. Genau hinter mir einer gespawnt. Oh, ja klar. So, dann. Spielen wir auch mal, was die spielen. Zack, zack. Nach der Hand. Nach der Hand. Ah. Ah. Nein, man hat sich nicht bewegt. Da gab es doch gar nichts dann. Da, weg ist er. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der ist auch weg. Ah. Mist. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin in einen Schuss gelaufen. Entschuldigung. Der ist auch weg. Ich bin in die Ecke auf. Und da kommt einer her. Sniper macht doch viel Spaß, oder? Auf ein schlechter Sniper ist. Einmal zu ballern, was ich da habe. Der Gegner hatte ich noch in Führung. Wo ist denn der Hüpfer da? Suil oder wie der heißt. Da. Suil. Jetzt gehe ich mit einer Fernwaffe in Nahkampf. Egal, ich habe der einen noch erwischt. Und was der kann, kann ich auch mit ihm hier. Ich kann mich auch hüpfen. Zack, und eingenommen. Ich bin nicht der Beste. Oder bin ich der Beste aus dem Team? Ein paar Queste fertig gemacht. Schön. Oh, der Zweitbeste. Tron war der Beste. Zubi. Und die letzte Runde geht los. Oh, auch noch diese Runde. Na, mal den hier. Gespielt haben wir ja schon. Jeden, oder wir sind ja schon einmal mit jedem gestorben. In der ersten Runde. Da hinten. 300. Ja, ich bin ja schon. Ich muss kurz warten. Ui! Ah! Da kann man kill-schotten. Du schmierst. Du schmierst. Zack, weg ist er. Da oben noch einer. Mal rüberlaufen. Und der ist auch weg. Da ist einer. Ok, der hat mich anpassiert. Ok. Das war's. Ich glaube ich bin der beste Assistent Grabe hier. Ein Kill, auch schön. Yippie, macht das Spaß. So, ich schütze mal hier oben drauf. Keiner mehr da? Das war ja mein mega super Sieg hier. Drohnen, Drohnen und Red Dog. Yeah. Ah, keine Goldmedaille. Ich dachte ich wäre der beste Assistent. Aber gibt es hier gar nicht. Tötung, Eroberung, Schaden, Heilung. Heilung? Ich muss meinen Healer wieder mitnehmen. Dann krieg ich wenigstens mal eine Goldmedaille. Und wer war der beste? Tron und dann ich. Yeah. So wie. Im Namen war es das für heute mit den Videos. Ich sage mal Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr bei der nächsten Video seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.